Naja, gut, oder? Waren wir jetzt schon in der Höhle? Das ist jetzt die Frage. Gucken wir mal, ob du zwei Schrot finden hast. Nee, wir waren da noch nicht. Okay. Na gut. Ja, aber... Jetzt kommen wir. Nee, können wir nicht. Wir werden dann jedes Mal in die Höhle. Ich geh ja nicht davon aus, dass wir jetzt gleich durchkommen. Doch, ich geh davon aus. Doch, glaub ich auch. Wir sind ja Optimisten. Alles? Ja. So hin und wieder mal. Oh gut, die Schrotflinte, ja. Wahrscheinlich nur wegen der Schrotflinte. Ja. Kann ich verstehen. Eine Ausdaueranzeige hat der die auch. Ich bin da noch nicht so sicher. Weil ab und zu lässt er ja beim Rennen danach. Ja. Da füllt er jetzt die Dose runter. Ja, die schießen. Aber da geht es sonst noch weiter. Okay, das zeigt auf jeden Fall, dass du über die Brut verlenden sollst. Ja, und da war was am Telefon, ne? Ja. 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 Ja, ich hab da... Die kann man nicht genug haben, glaub ich. Und wir wollten auch Klo. Was aber nicht geht. Ja gut. Dann war Wacker weiter. Aber die Brücke. Ist das da oben? Da muss ich mal wohl hin. Ja. Momentisch mal. Kontrollpunkte recht. Sehr gut. Rechts ist eine Hütte. Noch weiter rechts. Hier passiert aber gerade was. Ja. Ich glaube ich gehe mal weiter. Ja. Das ist irgendwie merkwürdig was hier hat. Nee gibt's noch nicht. Jetzt. Waffe nach Lagen. Oh. Oh. Wie die einen versuchen immer zu entkreisen. Die Schweine. Ja. Jetzt liegt der eine immer noch. Oh Stress. Oh oh. Der geht's nicht gut. Eieieiei. Nooo no no no. Oh da auch. Oh pass auf. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Eieiei. Oh fuck. Ja gut. Das ist ja direkt hier an dem. Ja. Obwohl ich wollte sowieso mal in dem Baum. Ah nee. Da kann der ja raus. Ja. Was ist denn? Ich bin blöd gelaufen. Boah scheiße. Ich bin zu langsam nicht. Oh mein Gott. Oh scheiße. Oh scheiße. Arschloch. Oh mein Gott. Ich glaube das wird nicht heil hinhauen. Tschüss. Ja. Ja Licht. Oh Licht aus. Einfach! Jetzt schnell einschalten! Müssen wir alles nachladen hier. Wasser! Oh yeah! Hier ist wieder ein Phone, aber hier liegt auch noch ein Skript. Ach, auch wieder ein Axt drin. Ja, da kannst du doch nichts damit anfangen. Nee. Die hauen einfach überall eine Axt rein, die Affen. Ja. Ja. Oh, ich wusste es. So, wenn ich es im Urin gehabt hätte. So. Oh, fuck. Ey, keine... Keine... Keine Emotion von dem Show. Nee. Das ist ärgerlich. Also... Ja... three... Oh, verdammt eh! 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 meine herren ist nicht daher ich weiß aber das dachte wegen der bank konnte das kippt sein oder so war nicht das licht da ist man das kippt Oder? So, nur ne Pfütze. Nur ne Pfütze. Naja, passiert nicht? Ja, ja. Drei Punkt. So, und jetzt? Willst du da jetzt drüber kommen? Über den Felsen da bestimmt. Links. Ja. Da drüben. Oh, ich will nicht mit der fahren, ey. Ich. Nee. Ich befürchte, wir kommen nicht um rum. Ich auch. Aber das Licht ist erstmal wieder angenehm. Na, ich danke für das Einschränkmal. Das ist übersichtlich das Stück. Mir klar ist, dass das stimmt natürlich. Trotzdem ist das nicht so. Nicht klatschen wird. Nee. Vor allem nicht mit dem Ding da, ey. Mein Gott, ey. Naja, zumindest wird dir da drin kein Bär begegnen. Nee. Sein, der steigt jetzt noch schnell mit ein. Guck mal, lieber in Fahrtrichtung, falls das Ding abreißt. Oh, scheiße. Guck mal! Weil ich qua. Umm. Dann ist die Schiegel wieder Lynn. Ja, ja, ja! Oh, ja, 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 ja! Nao. Oh, nee! Oh, nein! Gitt weg! Oh, so viele! Oh, scheiße! Ich tot, ich tot. Oh! 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 Puh! Los, wir müssen uns beeilen, es kommen noch mehr! Ja, 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 äh... Die Taschenlampe ist Kinderkram, Wake! Die Leuchtfackeln halten die Bastarde auf! Ja! Ja, cool! Gib mal ein paar! Das ist wie kein Laserschwert oder so. Sehen Sie sie auch? Natürlich sehe ich sie! Wir müssen hier weg! Warum? Da liegt noch ganz viel, hast du gesehen? Ja, aber... Los jetzt! Ich habe meine Waffe verloren! Oh, ich habe eine Waffe! Sehen Sie nur zu, dass Sie mit dem Licht draufhalten? Es dauerte einen Moment, aber dann erkannte ich ihn. Er war auf der Fähre gewesen, mit der ich und Alice hergekommen waren. Er hatte sie angeboten... Alice und ich. Ich und der Esel. Wir näherten uns Lovers Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Na los, Wake! Machen Sie schon! Wake! Sie locken Sie an und ich mache Sie fertig! Ja, klar! Ja! Soll ich umgekehrt machen? Hast du gesehen, was du machen musst, wegen der Leuchtpackel? Stand oben irgendwas! Das ist gut! Oh scheiße! Ich habe den Master... Acht... Äh, ja... Ich schieße nicht auf ihn! Oh! 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 Oh, 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 genau. Ganz vorne ist die Knie da, ey. Lass das schon? Hm? Ja, scheint das. Oh, auch nicht! Ähm. Juhu! Dann folge ihm mal. Ich versuche gerade immer noch auszufinden, wie ich an diese komische Leuchtfackel komme. Ähm, ja. Oh, oh. Oh, oh. Die mittlere Mausrad dreht halt ins Bus. Okay. Schauen Sie, retten Sie sie, wer vom Hals verkauft! Ja, doch rein, wo mich! Verjagen Sie sie! Letten Sie diese Bastarde! Das hält sie uns vom Hals! Ja! Noch einen Moment, ich hab's! Ja. Okay, jetzt ist es auf die Weg. Jetzt, du oder nicht? Ja. Ohne Leuchtung, ja. Ähm. Da hoch. Ah! der würde ich noch eiskalt über den haufen schießen ey wenn der völlig satt hat fühlen sie sich jetzt besser sie sind gleich da wo geht's denn hin blödi dringet mich jetzt zur seite das letzte gefecht machen sie sich bereit wir bekämpfen sie so lange herr mit der verdammten waffe sie kommen so läuft das hier nicht halten sie sich als programm so weit muss nicht zu gehen du musst du nicht mal zu gehen du wirst nur einen aussitzpunkt einig also auf dem holz bleiben ich bin immer da ich bin immer weiter oh leuchtbar genau was geht's von da oben kommen kommen welche aber wenn du da ran gehst damit macht zu mit der wachter mit dem ich erfände leuchtbar können ja nicht aus ja mit der verdammten waffe sie kommen oder unten stehen Ich bin nicht hinterher, dass ich kann Ich bin schlägt nicht in die Tür Links! Ah mein, ey! Ja toll, da komm ich jetzt nicht hin Nee, ich will doch erst warten, bis das die alle kaputt ist Kommt doch immer weiter! Kommt doch einfach! Ok, ok, ok Ok, was du meinst Du siehst Äh, ja Wovon die Taktik ja noch nicht so optimal Machen sie sich bereit, bekämpfen sie schon Ja, der ist nicht gekommen Herr mit der verdammten Waffe, sie kommen So läuft das hier nicht Halten sie sich ins Programm holen Äh Äh Das war Äh Äh Ja Der ist ja Das ist gar nicht gut, ich weiß Ich hab dich nicht Ich hab dich darauf Ich hab dich hier wieder weg Das war's für heute. damit durch ich wollte es reicht jetzt wo haben sie meine frau ich wusste dass sie das sagen würden ich habe alles schon gelesen sie sind ein toller schreiber herzlichen glückwunsch sie schaffen mal etwas glorreiches und schreckliches sobald sie von uns ein bisschen formulierungshilfe haben wovon reden sie eigentlich wo ist alles ich will das ganze manuskript oder sie wird es ganz bitte ein bisschen ich bringe sie um wenn sie alles was antun haben sie gehört kommen sie zurück er hatte alles und er wollte das manuskript da er glaubte dass es magische kräfte hätte aber ich hatte kein manuskript für ihn ich musste zu berri zurück und mir die nächsten schritte überlegen ich bin hier noch einmal was hei 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 Die ist nur wieder über den Baumstern gelaufen, Nathalie. Oh mein Gott. Interessbar. Toll. Oh ne, Bärenfalle ne. Ja. Sehr schön. Das ist ja wieder gut. Sein alter Freund die Bärenfalle. Ja, aber steckte fest, jetzt doch nicht mehr. Ne, der ist ja direkt wieder raus. Achso. Aber da hier ja Bärenwarnung ist, sind hier wahrscheinlich noch mehr Bärenfalle. Da ist wieder eine. Die leuchten noch so schön. Ja. Ich glaube, ich habe mir gedacht, es ist eine Manuskriptseite oder so. Das bin ich direkt drauf zu. Tja, klapp. Das ist auch ein Ohro. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wo ich entlang muss. Da entlang. Ah, haben wir es geschafft. Ist eine Bärenfalle gedritten. Ne. Doch, doch. Verdammt. Mach nochmal. Und dass du es verpasst hast, ne? Ja, genau. Hätte ich gerne gesehen. Ja, dann wird das Video ja nachher noch angucken. Ähm, hier geht es nicht weiter, oder? Doch. Ne, ich weiß nicht. Oder da unten? Ne, auch nicht. Doch, da kannst du schon durchquetschen. Das ist... Ne. Das ist... Das ist... Das hat auch runter. Oh Gott, ich tritt bestimmt gleich mit einer Bärenfalle. Das ist der Fluss. Das ist der Fluss. Das ist auch das Beste, ne? Das ist durch den Wald schaffen. Ringsrum, überall Wald. Ja. Das ist eine Bärenfalle. Und ich bin erstmal nur reingetreten, weil das so leuchtet und ich dachte, das ist ein Manuskript. Ja. Oh Scheiße. Die Älster... Jaaa, das war schon der Fakto! Das geht gar nicht, ne? Oh Gott! Ich glaube wahrscheinlich kommt sie zum Geburtstag mit Bären. Ja, unbedingt. Kannst du einfach den Wunsch mal hinlegen. Oh Mann! Du hast ja gar keine Füße mehr. Ein Set von DJ Psykwins, auch genannt, der Bärenfallenträter. Die Bärenfalle. Ja genau, aka Bärenfallenträter. Oh Mann! Oh, wie schön! Ja, Leute, die das... Oh, keine Bärenfalle. Ja, aber Achtung! Oh, Vorsicht, der Junge! Der rennt natürlich noch runter, ne? Ja, muss er ja. Kann nicht anders. Ja, falls jemand hier zum ersten Mal uns sieht, ne? Also das mit der Bärenfalle ist natürlich ein Gag, der stammt aus Evil Within, wo ich hintereinander in drei oder vier Bärenfalle getreten bin. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ein und dieselbe dreimal. Oder was? Ne, ne. Das war Dingens. Das war das Mittelalter-Teil. Ähm. Ja. Auf jeden Fall war es ein und dieselbe Bärenfalle, wo du dreimal reingetreten bist. Ne, doch nichts war Evil Within. Es war Evil Within. Es war Evil Within. Wir waren männlich. Ja, okay. Wir waren männlich. Ich war's nicht so... Das war's nicht so... Ähm. Okay, wo müssen wir jetzt sind da? Ach Gott. Aber jetzt den Achter sind vom Baumstamm alles klar. Uuah. Vorsichtig. Du bist ganz schön nahdings. Nicht was. Das war ja noch für mei. Das war ja naturell. Uah. Lass dir das wohl sein? Er wird mich mit Äxten rumgeworfen. Aber jetzt kommt wieder dieses komische, merkwürdige... Deswegen muss das wieder hinter uns. Oh Scheiße! Keine Batterien mehr, Scheiße! Ja, man kann auch mit der normalen Taschenlampe, so wie sie jetzt ist, noch was erreichen. Das ist nur nicht so effektiv, wie wenn du die Batterien drin hast. Weißt du denn, wo du herläufst? Also wo du hin musst? Nein. Nein. Okay. Da, da, da hoch. Nein, 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 rechts hoch auch. Ja, oder? Hättest du auch rechts den Weg hochlaufen können? Nein, glaube ich nicht. Ja. 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 Ja.